Te interesa la cultura iberoamericana? No tienes que viajar hasta Sudamerica para que visites y conozcas de Colombia en Graz. Ja, dann wiederladen wir herzlich zum Tribuna Colombia und komm Colombia zum Kennenlernen in Graz. Ebenfalls Juanita mit ihren Produkten handgemarktet Sie wird einen Markt haben mit ihren Produkten auch eine Vorlesung von der Geschichte Kolumbianischer Textilien und ein Workshop. Super einfach. Du kannst dich anmelden und von ihr viel viel lernen. Hola Colombia También va a estar presente en Tribuna Colombia en Graz y ella va a presentar la carta de Rones la carta de cervezas un Workshop para hacer Arepas y estará presente en el Mercadillo el 23 de Mañana. Ja, dann Bonitas Networks zum Bora Colombia los invitamos a Graz Tribuna Tribuna